hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft da sich ja herausgestellt hat dass wir hier wahrscheinlich noch ein bisschen länger verweilen bis wir da hinten ich mach mal ein bisschen größer da hinten bei diesen häusern rauskommen würde ich sagen wir tun unsere basis hier noch ein bisschen vergrößern dafür geben uns jetzt nicht so die große mühe aber so ein bisschen vergrößern das lohnt sich ja denn wir brauchen hier ein bisschen mehr arbeitsplatz und dadurch dass wir noch ein bisschen graben müssen macht es auch sinn dass wir hier uns noch ein bisschen mehr einrichten wir werden jetzt ein bisschen holz zu uns holen werden die basis jeweils noch werden die mauern der oder die holzwände ein bisschen versetzen der baum hier geht mehr auf den geist den machen wir jetzt mal weg ich suche jetzt gerade das holz 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 meistens in der mitte da verbirgt sich überall noch holz noch mehr holz noch mehr holz noch mehr holz so ich verliere nämlich jetzt gleich seine plädte so da drüben sind aber gleich ein paar eichen die werden jetzt schnell abholzen und dann werden wir unsere hüfte ein bisschen erweitern und dann geht es unten weiter mit dem graben denn wir wollen ja schaffen dass wir drüben ankommen und dann schön handel treiben können mit unseren leuten und unser häuschen dann auch verlagern von unserer von unserem expeditions camp hier rüber in die zivilisation die ja nicht so weit weg ist und von da aus werden wir dann eine große hütte bauen und ein großes haus bauen und dann auch weitere expeditionen ausführen also die mayas müssen wir noch finden und es ist natürlich auch so jede dieser kulturen die es hier gibt also wir sind jetzt bei den normanen und es gibt ja noch die mayas und die azteken gibt es noch wenn da noch bla 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 und jede dieser kulturen hat eine eigene story line das bedeutet es gibt auch noch quests die wir erfüllen müssen und dann müssen wir bei den normanen mal gucken was es ist aber die erzählen uns das auch wenn wir irgendwie genug ansehen bei denen das gesammelt haben ich muss kurz mal meine map ein bisschen meine karte ein bisschen näher machen so damit das ist zu nah so damit wir die feinde sehen dann erzählen die uns was wir alles für aufgaben machen müssen und dann kannst du eine ganze menge lustige sachen erleben also man muss irgendwie so einen guru suchen der bei so einem riesigen baum wohnt und was gab es denn noch bei den mayas da musst du auch irgendwie in den wald und musst Tiere jagen und wenn wir das gemacht haben dann bekommen wir halt mehr ansehen in den dörfern es ist auch so wenn ihr das mich noch haben da oben wenn ihr dann ansehen gesammelt habt dann könnt ihr auch in den anderen dörfern wenn ihr da aufschlagt habt ihr da schon so eine art grundruf und also grund ansehen sozusagen und kommt dann viel schneller mit denen zurecht und die geben euch viel schneller neue sachen und so jetzt sind hier die bäume müssen höher Mist so jetzt den weg so so soll es auch gleich mal mit dem holz reichen also wir haben ja eigentlich nie genug holz so wie viel holz haben wir mehr als ein stack da soll das mal reichen ähm auf zur hütte äpfel 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 immer mitnehmen waren hier hinten noch äpfel denn ich hab ja gerade noch nicht so richtig viel zu essen da müssen wir alles was irgendwie an stalten macht irgendwie essbar zu sein müssen wir alles einsammeln so äpfel so die expeditionsbasis ausbauen echt soweit sind wir gelaufen hätte ich jetzt nicht gedacht ich dachte wir sind nur ein paar meter gelaufen äieieieiei so dann haben wir auch die zeit überbrückt die unser eisen von gestern noch gebraucht hat das war nämlich eben noch am köcheln so und hier alles holz und hier alles holz und glas nehmen wir auch gleich mit denn das können wir auch gleich dann weiter verbrauchen äh wir gehen aufs holz äh schmeißen uns noch ein leckeres kotlet rein so dann gucken wir mal äh so und zwar machen wir das folgendermaßen wir machen das hier weg und das weg so jetzt noch holz drunter und erweitern das war doof und erweitern das ganze um drei felder und zwar in jede richtung eins zwei drei eins zwei drei und kommen schon feinde die haben nicht mitglied dass wir hier draußen rumgurken sind die voll verpennt so eins eins zwei drei und dann hier noch eins zwei 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 vier vier jetzt kommen die ersten die haben uns jetzt entdeckt da ist ein kleiner mini-zombie der hat uns schon entdeckt alles einsammeln wir können momentan alles wirklich gut gebrauchen der mini-zombie hat uns wieder aus den Augen verloren und wir müssten ein Feld höher bauen wir hatten hier vier also müssen wir jetzt auf fünf bauen eins zwei drei vier fünf und hier drüben dann auch eins zwei drei vier fünf machen wir den spielverderber denn so müsste er eigentlich hängen bleiben er dürfte nicht mehr hochkommen eins zwei drei vier fünf vier hört noch erstmal hier so eine Rundlinie. Und dann machen wir, was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4 Holz. Machen wir hier 1, 2, 3, 4 Holz. So machen. 4, 3. Hätte ich lieber das größte Fenster in der Mitte. Machen wir es so und das weg. Und dann haben wir hier auch 1. 3, 4, 5 Grundbasis sozusagen. Hier ist 4 und da ist 5. 4, 4, passt. So hier auch schnell nach ausbauen. Schon wieder viel größer geworden als ich wollte. Ich wollte eigentlich nur so ganz dezent größer bauen. Aber das hört natürlich wieder hier. Wer meine Server-Videos kennt, der weiß, dass ich gar nicht klein bauen kann. Dass ich immer nur groß bauen kann. 1, 2, 3 Holz. 1, 2, 3 Holz. 1, 2, 3 Holz. 1, 2, 3 Holz. 2, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10. Und so. Dann ziehen wir hier eigentlich auch nochmal rüber. Damit es nicht allzu langweilig wird, versuche ich mich echt zu beeilen. Und man darf es auch nicht aus den Augen verlieren, wir geben uns auch hier jetzt nicht so viel Mühe, denn es ist ja tatsächlich unsere Expeditionsbude. Wie sieht es denn hier aus? Wir haben dann hier, da sind drei, da geht es noch zwei weiter, da auch. Dann machen wir hier wieder den Eingang. Dann machen wir hier den Eingang, dann machen wir hier drei. Dann machen wir hier vier. So, dann geht es hier runter. Dann machen wir gleich Glas hin. So, das haben wir ja schon zugebaut. So, dahin, dahin. Ein Glas hausholen. Schön machen kann man es später dann noch. Genau, hier kommen auch noch Glasscheiben rein. So, das gibt dann mal eine richtig große und auslagernde Expedition. Expeditionsbude. So, jetzt müssen wir irgendwie hochkommen. Das machen wir mit Leitern, die haben wir nämlich gerade dabei. So, hopp. Und fallen runter. Und da ist wieder Holz. Ich würde sagen, dann machen wir hier ein Dach richtig drauf. Ja. Hier kommt ein richtiges Dach drauf. Ich habe ja gesagt, wir geben uns nicht so richtig Mühe. Wir bauen nicht so viel. Und wer mir das geglaubt hat, der kennt meine Videos nicht. Aber das soll reichen. Wir machen nicht ein Spitzdach. Wir machen so ein Satteldach hier. Huch, das war zu kurz. Jetzt haben wir kein Holz mehr. Die muss raus. Sowieso. Und ich glaube, wir hatten noch ein paar Türen gebaut, oder? Holz. Das Holz hat nicht ausgereicht, Leute. Also müssen wir nochmal eine kurze Holzexpedition machen. Aber wir sind hier umzingelt von Creepern und anderen Gegenständen, äh, anderen Lebewesen. Die Treppenstufen müssen da raus. Ich habe da eine Idee. Wir machen das einfach mal so, dass der Stapel es nicht folgt. Wir machen jetzt mal Treppenstufen. Und zwar ganz viele. Und mit diesen Treppenstufen. Da bauen wir unser Dach. Ja, es ist immer so ein bisschen tricky, jetzt hier zu bauen. Wir machen jetzt unsere Dach. Und jetzt unsere Dach. wenn ihr da holz dahinter setzt dann habt ihr die möglichkeit dann könnt ihr viel schneller bauen und also so steht er ist falsch so wir haben ja keine spitzhacke dann müssen wir mal unerlaubterweise das somit versuchen das macht natürlich unsere achs kaputt oben gibt es ein sattel da also kein spitz dach sondern das bleibt dann hier obendrauf flach sieht dann aus wie so ein sattel deswegen sattelte er hätte das gedacht das war einer zu viel dann können wir jetzt nicht abbauen weil wir schon wieder vergessen haben wir gehen jetzt gleich mal runter machen erstmal spitzhacke total unfähig dass man gleich unten gehen und wir holen das eisen es reicht eigentlich auch schon und brauchen jetzt stöcke jetzt haben wahrscheinlich überhaupt kein holz für stöcke naja dann müssen wir gar kein holz oder was stärker warum gibt es keine stöcke dann müssen wir hier mit der demontage ja doch schon früher beginnen bauen wir hier schon mal ein bisschen was weg muss eh weg die glasscheiben gehen leider alle noch kaputt ach jetzt haben wir unseren aufstieg kaputt gemacht jetzt haben wir noch 30 stück dann müssen wir erstmal ein paar stöcke machen wir machen mal so zwölf die bleiben raus die brauchen wir gleich stecker rein und wir machen uns äxte da fällt mir ein hatten wir nicht noch welche in der kiste liegen ach Mist das habe ich jetzt nicht nachgeguckt so dann brauchen wir hier hatte ich äxte gesagt ich meine natürlich spitzhacken so eine schippe bräuchten wir da noch die geht so mal gleich noch zwei stück und naja aus die maus soll so bleiben den Rest wieder einlagern ähm da hinten ist noch Holz so gerade ein bisschen chaotisch hier nee wir tun erstmal die Blöcke raus das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht jetzt gehen wir wieder hier rüber das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht das weg weg das muss hier unten hin wir brauchen noch eine Tür wir haben so wenig Holz da müssen wir erstmal gucken so erstmal das Loch hier zu machen die eine Tür kann man schon mal setzen so und da ist ein Creeper so jetzt wollen wir ja aufs Dach hoch äh scheiße diese elenden Drecksviecher die lassen einem keine Ruhe kommen wir nicht hoch wo geht's denn jetzt raus hier da wenigstens hat die Tür überlebt und das wo wir sowieso schon so wenig Holz haben so eine Scheiße ehrlich Entschuldigung som Sie oder oder So, jetzt das hier und erstmal die überschüssigen Dinger wegmachen. Jetzt brauchen wir doch wieder das Holz, also ich muss das mal so hinlegen. Das war alles zu viel. Okay. So, bauen wir gerade auf zwei Ebenen. Man darf aber auch nicht zu weit versetzt sein, sonst klappt das nämlich nicht. Sonst baut man sowas. Okay. Jetzt war ja eben mal ganz kurz Minecraft Musik an, aber es ist schon wieder aus. Ich würde gerne die Häufigkeit der Musikereignisse mal deutlich nach oben setzen. Da haben sich jüngste Auseinandersetzungen zwischen den Dörfern von bla und bla, hat sich die Beziehung zwischen ihnen verschlechtert. Und sie sind jetzt gerecht. Gerecht? Was heißt denn das in dem Zusammenhang? Hey, wir verstehen uns jetzt nicht mehr, jetzt sind wir gerecht. Irgendwie passt das nicht. Und wir bauen dann hier oben zu. Jetzt fehlt uns Holz. Deswegen gehen wir jetzt nach hier unten. Machen wir hier. Schauen wir das weg. Okay. das wertvolle holz einsammeln und wir haben keine fackeln mehr das ist echt ein problem denn sonst wird jetzt gleich hier überall creeper auftauchen dann machen wir das mal so und so und dann hatten wir noch stöcke hatten wir noch gehabt stöcke sechs stück ist nicht gerade so viel stöcke nach unten kohle obendrauf ergibt fackeln 28 stück 28 fackeln mit denen tun wir jetzt schon mal hier beleuchten schön alles ausleuchten um den jungs hier den creeper jungs den spaß zu verderben so jetzt haben wir noch 39 holz nein ich fall da immer runter da wären wir jetzt auch fast runter gefallen wo war die leute so und die überschüssigen dinge abbauen und damit unsere freunde oben nicht spornen können leuchten wir das ganze aus so mehr fackeln haben wir nicht ich hätte das aber gar nicht das könnte dann haben wir noch irgendwelche felder die wir hier rückbauen hier ist noch was aber es ist nur zwei stück zwei stück also wir müssen ganz dringend noch holz besorgen das hier können wir jetzt mal zu stöcken machen dafür bekommen wir dann 16 fackeln gleich aber so ideal ist das ja nicht ganz viele hat das gesehen ganz viele bogenschützen sind da unterwegs so wir machen jetzt hier mal schön alles hell dann können die oben nicht mehr so schnell spornen und haben wir irgendwie ich mach mal den hier so haben wir noch irgendwie steine kies kies ist doof wolle genau wir machen mal folgendes wir stopfen einfach alle löcher jetzt mit wolle ich habe aber auch das gefühl dass das auch ich habe das gefühl das reicht auch nicht das reicht auch nicht vielleicht können wir ja noch ein paar schäfchen wo ist unsere schere 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 die haben wir sogar dabei dann hüpfen wir noch kurz rüber zu den schafen und holen uns hier schnell noch ein bisschen wolle schön erstmal gucken dass keine creeper da sind oh und das schaf ins wasser geschmissen jetzt waren wir natürlich nicht hier und das heißt die schafe haben auch keine wolle gebildet nein keine wolle nur zwei wolle das ist zu wenig das ist zu wenig gut 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 das ist noch mehr schafe zehn mal wolle haben wir jetzt gekleckt Nein, nicht runterfallen. So, und ähm. Ey, das ist echt doof, dass es hier die ganze Zeit keine Musik gibt. Ich werde wahrscheinlich mal gucken, dass wir nebenher dann, wenn wir aufnehmen, ähm, schön Minecraft Musik laufen lassen. Nein, 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 nein. Ich habe gerade gesehen, da kommt hier, kommt hier, Dingsbums, hier. The Archer Man. Ich habe den Archer. So, dann machen wir das hier noch zu. Und damit sind wir doch hier schon mal auf der sicheren Seite. Hier müsste man doch irgendwas machen, dass die Leute hier nicht reinkommen. Und ist das nicht toll geworden? Jetzt haben wir echt Platz, jetzt können wir uns hier ausbreiten. Jetzt können wir hier viel machen. Und ähm, ich würde sagen, wir suchen uns jetzt nicht mehr. Also, wir haben auf jeden Fall jetzt hier eine schöne Expeditionsbude, wo wir viel machen können. Mitten in der Bude geht es nach unten. Das ist vielleicht nicht so, das ist vielleicht super optimal, aber naja, was soll's. Deswegen würde ich sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffe, dass ihr das nächste Mal auch wieder zuguckt. Die Hütte haben wir ja soweit fertig. In der nächsten Hütte werden wir die, äh, in der höchstnächsten Hütte. In der nächsten Folge tun wir die Hütte dann schön einrichten, räumen die Sachen zur Seite und werden dann hier auch schon anfangen, vielleicht ein bisschen mit unseren Bildkraftsachen rumzuspielen. Ähm, und dabei werden wir dann auch versuchen, uns da hinten hin durchzuarbeiten. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Tschüss. Und damit kann man zerstören. Ich bin ja da 89- MEGE für dicher Ach Satz zul開始. Ich zweize mich vor dem Jawohl." Wenn die Ausdönte, war die Ahre rugged'e Aben figur zu führen. Ich bin ja 60-10-ixa Fall.